Ich habe mich mal gefragt, wie viel verdient ein Deutscher so durchschnittlich brutto im Jahr und habe dann so ein bisschen rumgeklickt und bin drauf gekommen, dass es ziemlich viel ist. Und da will ich euch ein bisschen zeigen, was es für Seiten gibt, wo man das mal nachschauen kann. Und macht euch selber ein Bild. Fangt mal das Diskutieren an, weil mich eigentlich die Zahl richtig, richtig sauer macht, ehrlich gesagt. Fangen wir doch mal an. Also, ich gehe auf die Seite, die nennt sich bmz.de. Ich packe die Links unten rein, ihr könnt sie euch selber anschauen. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenhalt und Entwicklung. Und hier spricht man von Brutto-Nationaleinkommen pro Kopf pro Jahr in US-Dollar. Warum das in US-Dollar ist, keine Ahnung. Nervt mich eigentlich schon. Aber wir machen einfach mal weiter. Hier unten ist ein Link, da habe ich schon drauf gedrückt und lande auf dieser Seite. Schaut es euch das mal an. Hier kann man das Brutto-Einkommen der Jahre angucken, wenn ihr Lust habt. Zum Beispiel, hier gibt es oben ein France oder Croatia. Dann kommen hier so ein paar Linien. Man sieht, Croatia ist ziemlich weit unten. Mit 12.700 Brutto auch weit daneben. Ich habe ziemlich viele Freunde aus Kroatien, die keine 5.000, 6.000 Brutto mit einem 160-Stunden-Job im Monat zusammenbekommen. Ja, richtig gehört. Ich habe die Löhne gesehen. Schock. Frankreich kann ich nichts dazu sagen. Ich kenne nicht mal einen Franzosen. Aber Deutschland macht mich eigentlich ein bisschen sauer. 45.940 Euro im Jahr Brutto. Ähm, Dollar im Jahr Brutto. Warum macht mich das sauer? Weil es heißt Pro-Kopf-Einkommen. Jetzt kann man dann meinen, jeder Kopf hat 45.940 Dollar im Jahr. Nein, so ist es nicht. Sondern natürlich werden alle Millionäre reingestopft und weiß nicht was. So, wir machen mal weiter. Währungsrechner. 45.940 Dollar. Währungsrechner. Habe ich schon eingegeben. 45.950 Dollar. Habe ich mich jetzt verguckt. Schauen wir nochmal. Ähm, 940. Seien wir doch mal genau. Und wir kommen auf 43.410 Euro Brutto. Ja, jetzt habe ich auch schon geschluckt. Taschenrechner. So. Ich habe es schon mal vorgerechnet. Aber wir machen es nochmal alles zusammen. 43.410 Brutto. Äh, kommt noch der eine Cent. Ähm, geteilt durch 12 Monatsgehälter. Die meisten haben nur 12 Monatsgehälter. Kein Weihnachtsgeld mehr. Kein 13. Kein 14. Gehalt. Wenn man sich mal bei seinen Freunden und Verwandten mal umhört. Viele Firmen streichen das. Ähm, bei Neueinstellungen gibt es das nicht. Und das macht mich auch richtig sauer. Weil die meisten Firmen Milliarden, ähm, einfach, wie soll ich es sagen, einfach in der Weltrangliste nach oben wollen und einfach für ihre Mitarbeiter kaum noch was tun. Ich rede jetzt nicht von großen Firmen wie Mercedes, BMW und etc. Ich habe selber bei Mercedes gelernt. Da war es noch super. So, wir teilen das mal. Kommt 3.617 Euro Brutto im Monat. So, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe Freunde von mir gefragt und ich habe über 1.000 Kontakte in meinem Handy, wer 3.617 Brutto im Monat verdient. Ich komme aus München und ich habe eine Freundin, die hat 3.700 Brutto. Ich habe einen Freund, der kommt auf 4.000 Brutto. Und der Rest ist weit drunter. Bei 2.500, 2.300, 2.000 Brutto. Ich habe sogar Freunde mit 1.700 Brutto bei einem Vollzeitjob von 140, 150, 160 Stunden. Und das in München. So, ich packe euch die Links hier unten rein. Genießt mal diese Summe. 43.410 Euro Brutto. Wenn ihr das nicht habt, diese Summe, tja, dann würde ich sagen, tut was in eurem Leben. Ändert was. Nehmt ein Studium. Beendet es. Bewirbt euch neu. Nehmt eine neue Gehaltserhöhung mit 13.14. Gehalt, wie auch immer. Und überlegt euch, ob ihr überhaupt richtig bezahlt werdet für diesen Job. Also, das ist schon mal eine Hausnummer. 3.617 Euro. Ähm, ich werde auch an mir weiterarbeiten. Teilweise schaffe ich es. Teilweise nicht. Ähm, es ist gar nicht so leicht heutzutage, würde ich sagen. Aber in diesem Sinne, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Macht euch Gedanken. Fangt das Diskutieren an. Mich würde wirklich es reizen zu lesen. Was schreibt ihr alles drunter? Bitte keine Kommentare unter die Gürtellinie etc. Die lösche ich kommentarlos. Aber Diskussionen, das reizt doch dieses Feuer. So, in diesem Sinne, haut rein in die Tasten. Ich freue mich umso mehr Kommentare. Ich klicke mich überall ein, werde mitdiskutieren. In diesem Sinne, viel Spaß beim Erzwingen dieser Hürde von 43.410 Euro im Jahr. Bis dann, euer Robert. Lasst ein Like da und ich freue mich über jedes Abo. Ich bin ein Abojäger. Und das ist hier meine Bezahlung. Danke an euch. Bis zum nächsten Video.